»Die Zeiten sich ändern«, ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Ihr nicht und auch Pallier nicht. »Aber ich bin nicht bereit, dafür all unsere Prinzipien mit Füßen zu treten«, entgegnete dieser. »Das tun wir nicht, sondern wir passen unsere Prinzipien lediglich den Bedingungen an«, sagte jemand. Und es war Sittiger, der stellvertretende Ratsvorsitzende. Die Augen des alten Zauberers, über denen sich buschige Brauen wölbten, blitzten in kaltem Zorn. Und die zahllosen Zöpfe, zu denen sowohl sein graues Haupthaar als auch sein langer Bart geflochten waren, schienen vor Wut zu beben. »Ich weiß, dass die Furcht vor Veränderung euch in ihren Klauen hält, Schwestern und Brüder. Aber ihr dürft euch nicht zu ihrem Sklaven machen. »Farawin hat recht, wenn er euch zu mehr Offenheit gemahnt. Und er tut gut daran, nicht nur an die Vergangenheit des Ordens zu denken, wie das manche hier tun, sondern auch an seine Zukunft.« »Ich danke dir, Vater Sittiger«, sagte Farawin und verbeugte sich. »Danke mir nicht zu früh«, knurrte der Graue, »denn mein Zorn trifft auch dich. Niemals hättest du eine solch weitreichende Entscheidung allein treffen dürfen, Bruder Farawin. Du hättest deine Pläne hier im Rat vortragen müssen, und wir hätten sie gebührend diskutiert. So jedoch hast du deine Ordensschwestern und Brüder in Zugzwang gebracht, und das in voller Absicht.« »Das bedauere ich aufrichtig«, erwiderte Farawin ohne Zögern, »und ich nehme deine Rüge demütig an, Vater Sittiger.« »Aber als ich jenen Menschen fand, musste ich handeln. Es blieb keine Zeit für Beratungen. Ich musste eine Entscheidung treffen, und das habe ich getan. Jetzt muss ich euch alle bitten, mir zu vertrauen und diese Entscheidung zu billigen.« Er hatte in die Weite der Halle gesprochen, und manches Ratsmitglied, das zuvor nach Verkniffen dreingeblickt und Palgurs Argumentation gefolgt war, schien inzwischen zu schwanken. Sittiger und Semias traten zueinander, um sich kurz auszutauschen. Gewöhnlich tat man dies mittels der Kobolde, doch der Zutritt zum Ratssaal war den Wesen mit ihrer erstaunlichen Begabung verwehrt, und so mussten die Zauberer unmittelbar miteinander kommunizieren. »Schwestern und Brüder«, sagte Semias schließlich, und hob dabei einmal mehr Respekt gebietend den Zauberstab. »Pharawin mag falsch gehandelt haben. Doch obwohl wir die Einwände von Bruder Palgur ernst nehmen und für wichtig erachten, können wir in Pharaawins Verhalten keine Freveltat noch eine verräterische Absicht erkennen. Über eine Bestrafung Bruder Pharaawins wird deshalb hinweggesehen.« »Wie überraschend«, knurrte Palgur. »Stattdessen werden wir darüber abstimmen, ob der Mensch als Novize in Shakara aufgenommen wird oder nicht.« »Jeder von euch möge über seine Entscheidung nachdenken, die nicht nur unseren Orden, sondern die ganze Welt betrifft. Wenn wir das nächste Mal zusammentreffen, verehrte Schwestern und Brüder, wird sich zeigen, wessen Ideen die größere Anhängerschaft gefunden haben, die Pharaawins oder Palgurs.« »Eine weise Entscheidung, Vater«, entgegnete Palgur beflissen. Ihm war anzusehen, dass ihm der Aufschub gelegen kam. Wahrscheinlich, so vermutete Pharaawin, würde er nichts unversucht lassen, um zumindest jene im Rat, die ihre Wahl noch nicht endgültig getroffen hatten, auf seine Seite zu ziehen. »Ganz gleich, wie die Entscheidung ausfällt«, fügte Sittiga hinzu, dessen stechender Blick zwischen den beiden Rivalen hin- und herpendelte. »Ein jeder von euch wird sich ihr beugen und keinen Versuch unternehmen, sie auf wie auch immer geartete Weise zu umgehen. Ist das klar?« Pharaawin und Palgur sahen ihn an. Vater Semias mochte die fleischgewordene Sanftmut sein. Sittiga hingegen verkörperte trotz oder gerade wegen seines hohen Alters gleichermaßen Willensstärke wie Entschlossenheit. Tharaawin hatte kein Problem damit. Ein klares Wort war ihm allemal lieber, als jene hinterhältigen Ränke die Palgur und seine Anhänger zu schmieden pflegten. »Verstanden, Vater«, sagte er deshalb und nickte knapp, worauf sich sein Rivale zu einer wortreichen Erklärung hinreißen ließ, in der er noch einmal den hohen Wert der Tradition und unantastbarer Gesetze beschwur. »Gut«, stellte sie Mias anschließend erleichtert fest, »damit ist die Sache einstweilen beigelegt.« »Ich möchte nicht, dass«, verzeiht Nahat, »aber das ist sie keineswegs«, wandte Rivanon ein, die gemeinsam mit Pharaawin von Palgur beschuldigt worden war. »Bruder Palgur hat auch mich der Verschwörung bezichtigt. Und ich frage mich immer noch, mit welchem Recht er dies getan hat. Denn weder wusste ich, dass sich Pharaawin in den Städten der Menschen aufgehalten hat, noch dass er von dort einen Aspiranten mitbrachte.« »Das stimmt«, sagte Palgur. »Aber du solltest dich dennoch nicht unwissend geben, Schwester Rivanon.« »Worauf willst du anspielen?«, fragte die Zauberin Spitz. »Dass auch du eine Novizin in Shakara einzuführen gedenkst, die dem Orden mehr Not denn Nutzen bereiten wird.« »Tatsächlich?«, fragte Rivanon, während sie überlegte, wie der andere davon Wind bekommen haben konnte. »Tatsächlich!«, bestätigte Palgur und legte eine Kunstpause ein, um so dann einen erneuten Sturm der Entrüstung in der Ratshalle zu entfesseln. »Ihr Name ist Alana. Sie wurde aus den ehrwürdigen Gärten von Tirgaslan verstoßen und ist eine geständige Mörderin!« Nun, wie ist es ausgegangen? Rivanon, die zusammen mit Farawin im Nebenraum der Ratshalle gewartet hatte, konnte vor Neugier kaum an sich halten. Da es bei der Beratung und der anschließenden Abstimmung um ihre beiden Novizen gegangen war, hatte man Farawin und sie von der Ratssitzung ausgeschlossen. »Es ist gut«, sagte sie Mias und lächelte. »Der Mensch kann bleiben. Mit einer knappen Mehrheit hat der Rat für ihn eine Ausnahme beschlossen und ihn als Farawins Schüler in Schakara aufgenommen. Allerdings nur auf Probe. Sollte er sich etwas zu Schulden kommen lassen oder sich der ihm erwiesenen Ehre als unwürdig erweisen, wird er der Ordensburg verwiesen und darf niemals zurückkehren. »Natürlich, Vater.« »Und was ist mit Alana?«, fragte Rivanon vorsichtig. »Auch sie darf bleiben.« »Der Orden gewährt ihr Zuflucht und Schutz.« »Aber die Entscheidung darüber war noch knapper als jene über den Menschen.« »Bitte sag mir, mein Kind.« »Was hat dich geritten, ausgerechnet diese Elfin nach Schakara zu bringen?« Alana ist keine Mörderin. Nach allem, was ich von Lord Richter Mangon erfahren habe, hat dieser Menschenjunge durch seine Dummheit und Dreistigkeit sein unrühmliches Ende selbst verschuldet. »Auf welche Weise hast du davon erfahren?«, wollte Semias wissen. Rivanon überlegte. »Ich glaube, Niobe hörte es als Erste.« Der übliche Tratsch unter Kobolden. »Wieso fragst du, alter Freund?«, wandte sich Sittiger an Semias. »Vermutest du etwas?« »Ich bin mir nicht sicher.« Semias schüttelte das weiße Haupt. »Ich fürchte nur einfach, dass etwas vor sich geht, etwas Bedrohliches.« »Auch ich empfinde das,« stimmte Farawin zu. »Hast du etwas gesehen?«, erkundigte sich Sittiger. »Nein.«, Farawin schüttelte den Kopf. »Jedenfalls nichts Konkretes.« Im Laufe der Zeit hatte er sich daran gewöhnt, dass ihn Träume und Ahnungen heimsuchten, die mehr waren als Reflektionen seines Inneren selbst. Die Vergangenheit spiegelte sich darin. Doch bisweilen gaben sie auch Ausblick auf die Zukunft, allerdings in Form abstrakter Bilder und Eindrücke, die sich häufig nicht in Worte fassen ließen. »Dennoch hegst du eine Befürchtung,« hakte Semias nach. »Ja, Nahat,« gestand Farawin zögernd. »Palgir.« »Wenn du derartige Verdächtigungen gegen einen Mitbruder aussprichst,« entgegnete Sittiger hart, »erfüllt dich entweder tiefe Missgunst, oder du musst handfeste Beweise haben.« Er sah Farawin mit seinen stechenden Augen an. »Hast du solche Beweise?« Farawin senkte das Haupt. »Nein, ehrwürdiger Vater.« »Lass nicht zu, dass deine Rivalität mit Palgir dein Urteilsvermögen trübt,« »Farawin,« mahnte Semias. Er sah Farawin und Rivanon an. »Ihr beide habt heute zwei Siege davon getragen. Damit gebt euch fürs Erste zufrieden. Auch wenn der zweite Sieg kein ganzer war.« »Wieso?« fragte Rivanon, die sofort begriff, dass diese Einschränkung sie beziehungsweise Alana betraf. »Was heißt das?« Semias seufzte schwer. Die Abstimmung in Alanas Fall fiel, wie gesagt, ziemlich knapp aus. Und die Gegenseite war zutiefst empört. Um die erhitzten Gemüter zu besänftigen, unterbreitete Palgir einen Vorschlag. »Was für einen Vorschlag?« fragte Farawin misstrauisch. Er vertrat die Ansicht, man könnte Alanas Charakter besser beurteilen und sich eher eine objektive Meinung über sie bilden. Wenn nicht Rivanon ihre Meisterin sei. »Was?« schnappte die Zauberin. »Was unterstellt er mir?« »Er unterstellt ihr gar nichts,« sagte Semias. »Palgir hegt lediglich die Befürchtung, und du könntest voreingenommen sein und deiner Schülerin nicht mit der erforderlichen Distanz begegnen. Und ich denke, dass sich das auch nicht ganz von der Hand weisen lässt.« »Wer soll jetzt Alanas Meister werden?« fragte Rivanon wütend. »Etwas ein handlanger Siskoran?« »Nicht Siskoran,« sagte Sittiga, »sondern ich.« Diese Antwort erstaunte die Zauberin zwar zunächst, beruhigte sie aber auch ein wenig. »Zu wissen, dass sie von jener Meister unterwiesen wird, der auch mich in die magischen Geheimnisse einführte, ist mir ein großer Trostvater,« sagte sie und verbeugte sich. »Und wen werde ich unterrichten?« fragte sie. »Ein vornehmer junger Elf aus ruhmreichem Hause,« eröffnete sie Mias lächelnd, »der mit einer ganz besonderen Gabe gesegnet ist.« »Und ein wenig Schliff durchaus gebrauchen kann,« fügte Sittiga murmelnd hinzu. Garl Walas Alduar hockte in der winzigen Zelle, deren Boden, Wände und Decke aus purem Eis bestanden und deren einzige Einrichtung ein Loch im Boden war, und er fror jämmerlich. Doch er zitterte nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Wut. Wut über den Elfen, der ihn hier eingesperrt hatte, und Wut über sich selbst. Er kam einfach nicht darüber hinweg, dass er in einem der mächtigsten Zauberer des Ordens nur einen gemeinen Pferdner gesehen hatte, und er fragte sich, ob man ihn wohl überhaupt jemals wieder aus dieser Zelle herauslassen würde. Er musste an zu Hause denken, an den väterlichen Hain, und er spürte das starke Verlangen, dorthin zurückzukehren und alle magischen Ambitionen fahren zu lassen. Schon im nächsten Moment jedoch ermahnte er sich selbst. Ein einzelner, ihm übelwollender Zauberer würde nicht ausreichen, um ihn vom Traum seines noch jungen Lebens abzubringen. Solange er denken konnte, hatte er nichts anderes gewollt, als in den Orden einzutreten und ein Weiser zu werden. Auf dieses Ziel hatte er seine ganze Jugend lang hingearbeitet, und er würde es nicht aufgeben, nur weil er in eine hinterhältige Falle getappt war, die man ihm aus Böswilligkeit oder Neid oder warum auch immer gestellt hatte. Niemals! Aldor begann zu meditieren, so wie Meister Sysguranes ihm geraten hatte. Und das half. Während er nackt und mit verschränkten Beinen auf dem eisigen Boden saß, die Handflächen aneinandergepresst und die Augen geschlossen, spürte er kaum mehr die Kälte, die er eben noch als unerträglich empfunden hatte. Was sie ihm auch nehmen und wie sie ihn auch demütigen mochten, er war entschlossen, sich durch nichts und niemanden von seinem Weg abbringen zu lassen. Und im Kosmos seiner eigenen Gedanken, in Selbstvergessenheit und Kontemplation, fand er die innere Ruhe, die er brauchte, um Raum und Zeit hinter sich zu lassen und neue Kraft zu schöpfen für Körper und Geist. Wie lange er in diesem Zustand verharrte, wusste er nicht. Die Meditation endete abrupt, als die Tür seiner Zelle plötzlich geöffnet wurde. Ja? fragte er und erschrak über den krächzenden Klang seiner Stimme. Es ist soweit, erhielt er zur Antwort. Eine Antwort, die er nur in seinem Kopf führte. Geh deinem Schicksal entgegen, Aldorans Sohn. Am Ende des Korridors war gleißend helles Licht, das ihn zu locken schien. Geh nur. Geh. Aldor schritt auf das Licht zu. Die ersten Meter nach unsicher und auf wackeligen Beinen, dann immer festeren Schrittes. Er blinzelte, doch seine Augen gewöhnten sich rasch an den grellen Schein, der ihn im nächsten Moment erfasste und ganz einhüllte. Gut so. Bleib stehen. Aldor kam auch dieser Aufforderung nach. Und hatte plötzlich das Gefühl, dass unzählige Augenpaare auf ihn gerichtet waren und ihn intensiv musterten. Um seine Nacktheit scherte er sich nicht mehr. Die innere Ruhe gab ihm Stärke und Vertrauen in sich selbst. Aldor des Aldorans Sohn, erklang eine Stimme wie Donnerhall. Aus welchem Grund bist du hier? Um Aufnahme zu erbitten in den Orden und in die ehrwürdigen Hallen von Shakara, antwortete Aldor. Es war eine Formel. Als Kind schon hatte er diese Worte auswendig lernen müssen. Um Vollkommenheit zu erlangen im Umgang mit der Gabe, die mir verliehen wurde, und um dem Orden, dem Reich und der Krone zu dienen, fügte er hinzu. Gut gesprochen, scholl es zurück. So ergeht meine Frage an euch, Schwestern und Brüder des Ordens von Shakara. Sollen wir diesen jungen Mann, dessen Vater ebenfalls einst Mitglied unserer Gemeinschaft war, in unseren Kreis aufnehmen? Sollen wir ihn unterweisen in der Kunst der Magie und ihn teilhaben lassen an ihren Geheimnissen? Einiges spricht dagegen, ließ sich eine Stimme vernehmen, in der Aldor die von Sittega erkannte. Seine Begabung mag außergewöhnlich sein und seine Abstammung makellos. Dennoch habe ich Züge an ihm entdeckt, die eines Weisen unwürdig sind. Eingebildet ist er und überheblich. Das weiß ich, ehrwürdiger Meister, gab Aldor freimütig zu, der das Gefühl hatte, unbedingt etwas sagen zu müssen. Da er nichts sehen konnte, sprach er einfach in das gleißende Licht. Und ich gelobe Besserung. Was weiß ein Affe vom Fliegen? fragte Sittega dagegen. Kannst du Dinge versprechen, die du niemals kennengelernt hast? Hochmütig bist du und selbstverliebt. In diesen Mauern hingegen werden Demut und Weisheit gelehrt. Wirst du diese Dinge je begreifen? Das kann ich, versicherte Aldor, und spontan sank er auf die Knie. Es widerstrebte ihm, das Haupt vor jemandem zu beugen, den er noch nicht einmal sah, und die herablassende Art des Ordensmeisters verletzte ihn zutiefst. Aber noch ungleich größer war seine Furcht, abgewiesen zu werden und wieder in den väterlichen Hain zurückkehren zu müssen. Dennoch sagte plötzlich eine andere Stimme, die ungleich weicher und versöhnlicher klang als die des gestringen Sittega. Verfügt Aldor über eine große Gabe, die das Schicksal ihm sicher nicht von ungefähr verliehen hat? Er wird Anleitung brauchen, das Verständnis eines erfahrenen Lehrers, der ihm beibringt, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden, jemand, der trotz aller Schatten das Licht in ihm zur Entfaltung bringt. Daraufhin setzte Schweigen ein, das ewig zu dauern schien. Aldor des Aldorans Sohn, erklang es schließlich. Du bist als Novize in den Orden von Shakara aufgenommen. Betrachte es als eine Ehre, der du dich würdig erweisen musst. Das, das werde ich, versicherte Aldor unendlich erleichtert. Das werde ich, ehrwürdiger Vater. Er senkte das Haupt abermals, bis seine Stirn den eisigen Boden berührte. Danke. Ich danke euch von ganzem Herzen. Er war überzeugt, dass es Semias war, die mir seine Aufnahme in den Orden zu verdanken hatte, denn an ihn war die Empfehlung seines Vaters gerichtet gewesen. Wäre es hingegen nach dem finsteren Sittega gegangen, wäre er sicherlich abgewiesen worden. Seine Erleichterung, in den Orden aufgenommen zu sein, war so überwältigend, dass er am Boden kauern blieb, nackt wie er war. Er merkte nicht, wie sich seine Umgebung veränderte und jemand leise zu ihm trat. Erst als sich weicher Stoff auf seine Schultern legte und wohlig wärmend an ihm herabfloss, regte er sich wieder. Erhebe dich, Novize Aldor, sagte eine Stimme, die süß und unschuldig klang, wie der Gesang eines Vogels an einem Frühlingsmorgen. Aldor blickte auf und stellte fest, dass das Licht erloschen war. Er war nicht mehr von grellem Schein umgeben, sondern befand sich inmitten eines kreisrunden Gewölbes. Entlang der Wände, die aus purem Eis zu bestehen schienen und von blau- und violettschimmernden Adern durchzogen wurden, standen Frauen und Männer unterschiedlichen Alters, in weiten Roben und mit langen, kunstvoll gearbeiteten Stäben in den Händen. Ihre Blicke waren ernst. Ihre Minen wirkten geradezu gravitätisch. Zauberer von Shakara. Willst du nicht aufstehen? fragte die Stimme noch einmal. Und noch immer klang sie so sanft und liebevoll, dass sie alle Scham und Bitterkeit aus seinem Herzen vertrieb. Er schaute an der Gestalt empor, die zu ihm getreten war und sah schließlich in die anmutigen Züge einer Frau, die ohne Zweifel die schönste war, die er je gesehen hatte. Schwarz gelocktes Haar umrahmte ein vollendetes Gesicht, dessen Tarn ein wenig zu dunkel war für eine Elfin. Sie hatte hohe Wangen, einen sinnlichen Mund und die Augen waren so blau wie die Seen des Waldlandes. Wer? Wer seid ihr? brachte Aldo verblüfft hervor. Rivanon, sagte sie mit ihrer betörenden Stimme. Ich bin deine Meisterin. Notu Granok war wütend, vor allem auf sich selbst. In hilflosem Zorn ballte er die Fäuste, während er auf dem eisig kalten Boden kauerte. So hatte er sich das ganz bestimmt nicht vorgestellt. Der Zauberer Farawin hatte von einem Ort gesprochen, an dem er keine Verfolgung zu fürchten bräuchte, an dem er Gleichgesinnte träff und lernen würde, seine Fähigkeit gezielter einzusetzen. Was aber war stattdessen passiert? Nach zwei Wochen anstrengender Reise hatten sie den Tempel von Jakara zwar tatsächlich erreicht, jedoch war Farawins Freundlichkeit plötzlich wie weggeblasen gewesen. Er hatte Granok geradezu gezwungen, seine Kleidung abzulegen und ihn in eine winzige Zelle gesteckt, deren dicke Tür aus vereisten Bohlen sich im nächsten Moment hinter ihm geschlossen hatte. Da saß er nun, nackt und frierend, und gab sich selbst die Schuld daran. Was hatte er auch auf einen Elfen hören und nach höheren Dingen streben müssen? War es ihm etwa nicht gut gegangen? Hatte er irgendetwas entbehrt? Nein, bis zu dem Tag, da er den verdammten Elf getroffen hatte, hatte Granok ein Leben in Freiheit geführt. Damit schien es nun vorbei zu sein. Er solle die Einsamkeit zur Meditation und inneren Einkehr nutzen, hatte Farawin gesagt. Wie denn, wenn sein knurrender Magen jede Ruhe zunichte machte? Und wie verdammt noch mal sollte er zu sich finden, wenn er immer zu aufpassen musste, dass sein Hintern nicht am Boden fest fror? Mit eiserner Disziplin hielt er sich wach. Wie viele Stunden schon, hätte er nicht zu sagen vermocht. Dann, plötzlich, hörte er vor seiner Zellentür Schritte. Hallo? rief er und sprang zur Tür. Ist da jemand? Erneut waren Schritte zu hören, kurz und trippelnd, wie die einer Ratte in den Hinterhöfen Andereels. Hallo? rief er erneut und drosch von innen gegen die vereisten Bohlen der Tür. Ist da wer? Lasst mich raus, verdammt noch mal! Er konnte hören, wie sich jemand am Türriegel zu schaffen machte und ihn dann mit einem lauten Ratsch zurückzog. Die Tür wurde geöffnet, jedoch nur einen Spalt. Und in diesem Spalt erschien die wohl unwahrscheinlichste Kreatur, die Granog je in seinem Leben erblickt hatte. Es war ein Kobold. Aus Erzählungen kannte er die kleinwüchsigen Bewohner des Wald- und Wiesenlandes, jedoch hatte er noch nie eines dieser scheuen Wesen zu sehen bekommen. Offenbar stimmte es aber, was man über Kobolde berichtete. Sie waren etwa eine Elle groß, hatten feingeschnittene, pausbäckige Gesichter und trugen grüne Kleidung aus Blättern und geflochtenen Pflanzenfasern. Als Kopfbedeckung trugen sie umgedrehte Blütenkelche, was putzig aussah und bei Granog trotz seiner misslichen Lage für einen jenen Ausbruch von Heiterkeit sorgte. Er konnte nicht anders als lauthals loszulachen, als das kleine Wesen seine üppige Leibesmitte durch den Türspalt quetschte und mit tapsenden Schritten in seine Zelle trat. Der Kobold schaute zu ihm hoch, den Kopf in den Nacken gelegt und die Fäustchen der dünnen Arme in die Seiten gestimmt. Seiner mitleidigen Miene war zu entnehmen, dass er glaubte, Granog hätte den Verstand verloren. Erst allmählich begriff er, dass der Mensch über ihn lachte, und seine Miene verzog sich zu einem mürrischen Ausdruck. »Was gibt es denn da zu lachen?«, fragte er forsch. »Ein Kobold!«, prustete Granog und verfiel in noch lauteres Gelächter, in dem sich seine aufgestaute Wut und Frustration entluden. »Das muss ein Scherz sein! Ein gelungener Scherz!« Der Wicht teilte seine Heiterkeit keineswegs. Ratlos blickte er an sich herab, konnte an seiner Erscheinung jedoch nichts entdecken, was einen solchen Ausbruch der Heiterkeit auch nur halbwegs rechtfertigte. »Möchte wissen, was so komisch ist?«, knurrte er. »Es ist einfach alles!«, blökte Granog. »Die kleinen Augen, die spitze Nase und erst dieser Hut!« Der Kobold griff nach der Krempe seiner Blütenkappe, die frisch und kein bisschen Welk aussah, und der Kälte auf unbegreifliche Weise trotzte und rückte sie zurecht. »Was stimmt denn nicht mit meinem Hut?«, wollte er wissen, worauf Granog nur noch lauter wierte. »Was für ein roher, ungehobelter Klotz du bist!«, konstatierte der Kobold, während er den Spieß umdrehte und den Menschen von Kopf bis Fuß musterte, einen Ausdruck offener Missbilligung im runden Gesicht. »Und du bist überall beharrt!« Granogs Gelächter brach ab, und er sah seinerseits an sich herab. Um seine Nacktheit hatte er sich nicht mehr geschert. In der langen Liste der vielen Dinge, die ihn störten, rangierte sie ziemlich weit unten. »Zum Glück«, konterte er, »sonst hätte ich mir in diesem elenden Gefängnis längst den Hintern abgefroren, und zwar buchstäblich.« »Buchstäblich«, kam es zurück, »du kannst lesen und schreiben, wie überraschend!« Granog blieb eine Antwort schuldig. Nicht etwa, weil ihm keine Erwiderung eingefallen wäre, sondern weil ihm erst jetzt aufgefallen war, dass die Lippen des Kobolds festgeschlossen blieben, während er sprach, und dass er die Stimme des Knilchs nur in seinem Kopf wahrgenommen hatte. »Was ist los mit mir?«, fragte er verblüfft und griff sich instinktiv an die Ohren. »Verliere ich jetzt den Verstand?« »Kaum«, versetzte der Wicht prompt. »Was man nicht hat, kann man nicht verlieren.« »Du sprichst mit mir.« »Aber ich höre dich nicht. Das ergibt keinen Sinn.« »Nein«, gab der Kobold zu, »es sei denn, man hätte jemals etwas von Gedankenübertragung gehört. Aber das dürfte in deinem Fall ziemlich unwahrscheinlich sein.« »Gedankenübertragung?« Granog kam sich vor wie ein Idiot. Das kam dabei heraus, wenn man einem Elfen vertraute. Man fand sich splitternackt in einer Kerkerzelle aus Eis wieder und unterhielt sich mit einem Wichtelmännchen, das noch nicht einmal den Mund aufmachen musste, um sich verständlich zu machen. »Das mit dem Wichtelmännchen habe ich gehört, und ich nehme es persönlich.« »Du kannst auch meine Gedanken lesen?« »Unglücklicherweise. Ein solches Durcheinander von Gefühlen, Bildern und wirren Ideen habe ich noch selten erlebt. Gut, dass sie dir beibringen werden, wie du das alles für dich behältst.« »Sie?«, fragte Granog. »Die Zauberer«, erklärte der Kobold. »Ihretwegen bist du doch hier, oder nicht?« Granog nickte. Es stimmte, deshalb war er nach Shakara gekommen, um mehr über sich und seine besondere Fähigkeit zu erfahren, und die Einzigen, die ihm da weiterhelfen konnten, waren die Zauberer. Nach allem, was ihm seit seiner Ankunft widerfahren war, glaubte er allerdings mehr und mehr, dass man ihn nach Strich und Faden verarscht. »Ich muss doch Sie bitten!«, fiel ihm der Kobold in seine Gedanken. »Pass auf deine Wortwahl auf! Du bist hier nicht mehr unter Menschen! Verstanden!« »Für jemanden, der so klein ist, bist du reichlich unverschämt!«, stellte Granog fest. »Und für jemanden, der aus dieser Zelle raus will, bist du ziemlich frech!«, konterte der Wicht. »Eigentlich hatte ich ja den Auftrag, dich hier rauszuholen. Aber wenn du nicht willst!« Schon wandte sich der Knirps ab. »Warte!«, rief Granog. »Ich hab's nicht so gemeint!« »Ach nein!«, der Kobold blickte über die Schulter zurück, die Augen zu winzigen Schlitzen verengt. »Nein!«, versicherte Granog, während er sich auf die Knie niederließ und dem Kobold die Hand reichte. »Fangen wir noch einmal von vorne an. Mein Name ist Granog.« »Ich weiß!«, knurrte es in seinem Kopf. »Komiser Name!« »Und wie heißt du?« »Ariel.« »Freut mich, Ariel. Und, ähm, willst du nicht einschlagen?« Der Kobold schaute auf die noch immer ausgestreckte Hand, die fast halb so groß war wie er selbst. »Nö!« Damit wandte er sich endgültig ab und ließ den Menschen einfach zurück. »Und jetzt?«, fragte Granog verblüfft. Ariel antwortete nicht, aber er ließ die Zellentür offen, was Granog als Aufforderung betrachtete, dem kleinen Kerl zu folgen. Er trat auf den Gang und gleißendes Licht brandete ihm entgegen, sodass er geblendet den Kopf zur Seite drehte. »Es ist soweit!«, hörte er Ariels Stimme in seinen Gedanken. »Geh dann im Ficksaal entgegen, Granog!« Es schien den kleinen Wicht Überwindung zu kosten, den Namen zu denken, und es hörte sich für Granog auch ziemlich missbilligend an. Er tat dennoch, wozu man ihn aufgefordert hatte, und ging den Korridor hinab, der Quelle des Lichts entgegen. »Warte!«, sagte Ariel irgendwann, und Granog blieb stehen. Er hörte Stimmen, die vom Ende des Eisstollens herabdrangen, eine fremde Sprache, elfisch zweifellos. Die Augen zu Schlitzen verkniffen und mit einer Hand gegen das helle Licht schirmend, glaubte Granog plötzlich im gleißenden Schein etwas auszumachen. Es war eine junge Frau. Doch Granog hielt sie zunächst für eine Täuschung, für einen Streich, den ihm seine erschöpften Sinne spielten. Er blinzelte, aber das vermeintliche Trugbild blieb bestehen. Von Licht umflossen stand die grazile Gestalt vor ihm, vollendet von den schlanken Fesseln bis hinauf zu den schmalen Schultern, auf die hellblondes, fast weißes Haar herabfiel. Die Frau wandte ihm den Rücken zu. Sie war nackt wie er selbst, aber anders als seine sonnengebräunte Haut schien ihre weiß. Und obwohl er weder ihr Gesicht noch ihre Ohren sehen konnte, hegte er keinen Zweifel daran, dass sie eine Elfin war, denn solche Vollkommenheit hatte er nie zuvor erblickt, jedenfalls nicht in den Freudenhäusern Andarils, in die er seine Beute hin und wieder getragen hatte. Ansonsten fehlte ihm der Vergleich, aber er bezweifelte, dass es eine Menschenfrau gab, die es an Anmut mit dieser Gestalt aufnehmen konnte, und da war noch mehr. Etwas, das seine Begierde weckte und ihn »Miefige dich«, plärrte auf einmal Ariel in seinem Kopf, und ein Blick an sich herab sagte Granok, dass der Kobold zumindest dieses eine Mal recht hatte. Er wandte den Blick von der holden Weiblichkeit ab, und die Kälte, die auf dem Gang herrschte, kühlte sein erregtes, ähm, Gemüt rasch wieder ab. Die Stimmen verstummten, und ein untrügliches Gefühl sagte ihm, dass er nun an der Reihe war. Langsam ging er weiter. Nun festeren Schrittes als zuvor, und schließlich umgab ihn das Licht von allen Seiten. »Bleib stehen«, verlangte Ariel. Granok verharrte. »Granok aus der Menschenstadt Andaril«, ertönte plötzlich eine donnernde Stimme, die nicht mehr Elfe sprach, sondern sich, wohl als Zugeständnis an ihn, der Sprache der Westmenschen bediente. »Aus welchem Grund bist du hier?« »Aus welchem Grund ich?« Granok verstummte. Was sollte die dämliche Frage? Wer hatte denn vorgeschlagen, ihn nach Shakara mitzunehmen und ihm eine größere Welt zu zeigen? »Was suchst du?« half die Stimme nach, als er die Antwort schuldig blieb. Er machte eine hilflose Handbewegung. »Ein paar Kleider wären nicht schlecht«, meinte er vorsichtig. »Und vielleicht etwas zu essen.« »Da hört ihr es«, tönte eine andere Stimme. »Meine Befürchtungen bestätigen sich jetzt schon. Der Mensch ist in keiner Weise würdig, in die glorreichen Hallen Shakaras aufgenommen zu werden.« Zustimmendes Gemurmel ließ darauf schließen, dass jenseits des Lichtscheins sehr viel mehr Beobachter waren, als Granok bisher angenommen hatte. Ein wenig eingeschüchtert bedeckte er seine Blöße. »Es geht nicht mehr darum, über Granoks Aufnahme zu befinden, Schwestern und Brüder«, sagte Farawin, dessen Stimme Granok sofort erkannte. Darüber wurde längst entschieden. Und der Beschluss steht fest. »Wohlgesprochen«, erwiderte jemand. »Deshalb frage ich dich, Granok«, fuhr Farawin fort, »bist du hier, um Aufnahme zu erbitten in den Orden und in die ehrwürdigen Hallen von Shakara? Willst du Vollkommenheit erlangen im Umgang mit der Gabe, die dir verliehen wurde? Und willst du ferner dem Orden, dem Reich und der Krone dienen?« »Ich schätze schon«, entgegnete Granok ein wenig zögerlich. »Hätte man ihn gefragt, ob er mehr über seine seltsame Fähigkeit erfahren oder lernen wollte, noch besser damit umzugehen, hätte er ganz einfach ja gesagt. Aber das blumige Geschwafel des Elfen verwirrte ihn. Was in aller Welt wollten die Spitzohren von ihm?« »Das habe ich gehört, Mensch. Benimm dich gefälligst!« Granok zuckte zusammen und ohne dass er zu sagen vermochte, ob die Worte von ihm selbst kamen oder ob sie ihm ein gewisser Kobold in den Mund legte, sagte er mit fester Stimme, »Ja, Meister, das will ich.« »So ergeht meine Frage an euch, Schwestern und Brüder des Ordens von Shakara,« kam es von jenseits des Lichts. »Sollen wir diesen jungen Mann als ersten Spross des Menschengeschlechts in unseren Kreis aufnehmen? Wollen wir ihn unterweisen in der Kunst der Magie und ihn teilhaben lassen an ihren Geheimnissen?« »Ich habe noch immer Vorbehalte,« sagte jemand. Es war dieselbe Stimme, die schon vorhin Bedenken geäußert hatte. »Aber ich fühle mich an den Ratsbeschluss gebunden und beuge mich der Mehrheit, Pfarrer Wien.« »Ich danke dir dafür, Bruder Palgür,« kam es zurück. »Und ich versichere euch allen, dass es der richtige Schritt ist. Auch Menschen verfügen über die Gabe, und nur, wenn wir dies akzeptieren, wird unser Orden auch noch auf längere Zeit Bestand haben. Ein morscher Halm, der sich gegen den Wind stemmt, bricht ab. Ein junger Halm jedoch ist biegsam und übersteht den Sturm.« Granok verstand schon wieder nicht, obwohl die Unterhaltung in der Sprache der Menschen geführt wurde. Was sollte das ganze Gerede von morschen und jungen Halmen? Was hatte das mit ihm zu tun? »Du verstehst es wirklich nicht, oder?« vernahm er Ariel wieder. »Farrer Wien hat viel für dich riskiert. Er hat sich vor dem Hohen Rat für dich eingesetzt, wieder Meister Palgür und all die anderen, die dagegen waren, einen Menschen in Sakkara aufzunehmen. Er hat sich durchgesetzt, und du bist der Erste, der Erste Mensch, dem die Ehre zuteil wird, dem Orden der Zauberer beitreten zu dürfen.« Granok klappte vor Überraschung der Unterkiefer nach unten. Er hatte tatsächlich noch nie von einem Zauberer gehört, der ein Mensch gewesen wäre, aber darüber hatte er bislang auch nie groß nachgedacht. Es war bekannt, dass die Spitzohren ihre Geheimnisse hüteten wie die Zwerge ihr Gold, aber darauf, dass er der allererste Mensch sein könnte, den man nach Sakkara holte und der nun hier stand, um als Novize in den Orden aufgenommen zu werden. Nein, darauf wäre er nie gekommen. »Knie nieder!« forderte Ariell ihn auf. »Dies ist ein wichtiger Augenblick!« Granok folgte der Anweisung, ohne wirklich darüber nachzudenken. Unbekleidet war er schon zuvor gewesen, wirklich nackt, fühlte er sich jedoch erst jetzt. Auf dem eiskalten Marmor kniend, das Haupt, demütig gesenkt, bekam Granok nicht mehr mit, was jenseits des Vorhangs aus weißem Licht gesprochen wurde. Weder hörte er, wie die Ratsmitglieder seine Aufnahme bestätigten, noch merkte er, wie jemand leise zu ihm trat. Erst als sich der wärmende Stoff eines Umhangs auf seine Schultern legte, schaute er auf. Das Licht war erloschen, und er sah sich einer Unzahl in Roben gekleideter Elfen gegenüber, die in einem weiten Kreis legte Farawin ein. Aber wenn du deine Sache gut machst und unsere Regeln befolgst, das werde ich, versicherte Granok rasch, der plötzlich begierig war, mehr über die Zauberer und jenen Orden zu erfahren, zu dem er auf einmal gehörte. Ich werde euch nicht enttäuschen, Meister. Der Saal der Novizen war ein langgezogener Raum, schmucklos und mit weißen Wänden, an denen Fackeln in Halterungen steckten. Deren Feuer loderte jedoch nicht etwa orange-rot, sondern war blass-blau, genau wie das Licht auf dem obersten Turm der Ordensburg. Es war das erste Mal, dass Granok ein solches Feuer aus der Nähe sah. Deshalb blieb er interessiert vor einer der Fackeln stehen und musterte die blaue Flamme, von der keine Wärme ausging. Vorsichtig bewegte er den Finger darauf zu, wollte ihn kurz hineinstecken. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, sagte jemand hinter ihm. Granok kam sich vor, als hätte man ihn beim Äpfelklauen erwischt. Er fuhr herum, um sich dem anmutigsten Wesen gegenüber zu sehen, das seine Augen je erblickt hatten. Wäre sie ein Mensch gewesen, hätte er sie auf siebzehn oder achtzehn geschätzt. Doch fraglos handelte es sich bei ihr um eine Tochter des Elfengeschlechts. Weißblondes Haar wallte bis weit über die Schultern und umrahmte ein ebenso schmales wie blasses Gesicht mit hohen Wangenknochen, das jedoch in keiner Weise hochmütig wirkte. Ihre Augen blitzten wie Smaragde, und schauten ihn ebenso freundlich wie offen an. Dazu kamen der Duft zarter Blüten, der sie umgab, und eine Stimme, die süß war wie Honigtau. Schon der bloße Vergleich mit jeder anderen Frau, die Granok je kennengelernt hatte, wäre eine Beleidigung für sie gewesen. Obwohl zusätzlich zu ihrer weißen Tunika ein Umhang ihre schlanke Gestalt bedeckte, war er sicher, dass dies die Elfin war, deren Silhouette er vorhin im Gegenlicht gesehen hatte und die ihm zunächst wie ein Trugbild vorgekommen war. Ein Irrtum, wie sich nun herausstellte. Glücklicherweise. Ich, äh, stammelte er unbeholfen. Elfenfeuer, sagte sie freundlich, auf die blauen Flammen deutend. Es geht keine Hitze davon aus, aber Sterbliche vermag es dennoch zu verbrennen. Granok grinste schief. Danke für die Warnung. Du bist der Mensch, nicht wahr? Schätze ja. Ich habe schon von dir gehört. Wirklich? Granok war noch immer zu überrascht, um etwas Geistreiches zu erwidern. Die Elfin beherrschte die Menschensprache fließend und erfand, dass er ihre Zuvorkommenheit zumindest ansatzweise erwidern sollte. Schumai, antwortete er mit dem einzigen Wort aus der Sprache der Elfen, das er kannte, und beugte sich dabei ein wenig vor, um eine Verneigung anzudeuten. Sie lächelte und erwiderte etwas in ihrer Sprache, die sich aus ihrem Mund leicht und melodiös anhörte. Ein wenig wie Vogelgesang. Leider verstand Granok nichts davon und offenbar machte er ein derart belämmertes Gesicht, dass sie laut lachen musste. Er war dankbar, dass sie wieder in seine Sprache wechselte, als sie sagte, sehr weit ist es mit deinem Elfisch noch nicht her. Nein, gab er zu. Es ärgerte ihn, dass sie gelacht hatte, aber er war selbst schuld. Wie kam er auch darauf zu versuchen, weltgewandt zu wirken? Was hatte er erwartet? Dass sein einziges Wort genügte, um sie zu beeindrucken? Wie ist der Name? Granok, antwortete er. Granok, sie nickte. Und wie weiter? Nichts weiter, nur Granok. Wieder grinste er, aber diesmal wirkte es wie eine Entschuldigung. Reicht das nicht aus? Der Name sagt nichts aus, erklärte sie. Er verrät weder etwas über deine Herkunft noch über deine Familie. Da gibt es nichts zu verraten. Er machte eine abwinkende Geste. Ich habe keine Familie und deine Heimat auch nicht. Ich lebe mal hier, mal dort, gerade wie es mir gefällt. Zuletzt hatte es mich nach Andaril verschlagen. Andaril? Sie zuckte merklich zusammen. Ja? Warum? Nichts. Sie schüttelte den Kopf. Kennst du die Stadt? Diesmal grinste er verwegen. Ein übles Nest, sage ich dir. Überall Schmutz und zwielichtige Gestalten. Ich habe sogar... Ich sagte dir doch, es ist nichts, unterbrach sie ihn energischer, als es nötig gewesen wäre. Granok verstummte. Was für unberechenbare, launische Wesen diese Elfen doch waren. Entschuldige, bat sie. Ich habe es nicht so gemeint. Schon gut. Er musterte sie misstrauisch. Sie strafte sich und dann lächelte sie ihn wieder an. Und es überlief ihn heiß und kalt. Mein Name ist Alana. Ich war ein Kind der ehrwürdigen Gärten, ehe ich nach Shakara kam. Kind, echote er und konnte nicht verhindern, dass sein Blick an ihrer schlanken und dennoch sehr weiblichen Gestalt hinabhuschte. Das Wort gibt die Bedeutung der elfischen Bezeichnung Gannett nur unzureichend wieder, erklärte sie unbedarft. Es meint eine junge Frau, die den Geschlechtsakt noch nicht vollzogen hat. Geschlechtsakt, stammelte Granok und starrte sie aus großen Augen an. Rief, bekräftigte sie auf elfisch. Geschlechtsakt. Sagt ihr Menschen nicht so dazu? Äh, doch, doch, beeilte sich Granok zu versichern und konnte nicht verhindern, dass er dabei rot wurde. Er hatte manches erwartet, aber ganz sicher nicht, sich mit einer so wunderschönen jungen Frau über derlei Dinge zu unterhalten. Was hast du? fragte sie. Du wirkst plötzlich so, so fahrig. Es ist nichts, wirklich, wiegelte er ab. Die Röte in seinem Gesicht nahm jedoch noch weiter zu. Oh, ich weiß, rief sie plötzlich und schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Ihr Menschen pflegt über Rief, längst nicht so offen zu sprechen wie wir. Ihr machte eine große Sache daraus richtig, sehr groß und sehr geheimnisvoll? Äh, irgendwie schon, gab er zu. Bei euch scheint das anders zu sein. Erneut lächelte Alana ihn an und er hatte das Gefühl, dass ihr Lächeln strahlender war als jedes Elfenfeuer. An diesem Ort, erklärte sie, werden die Rätsel des Kosmos entschlüsselt. Da kämen wir nicht weit, würden wir uns schämen, über ganz natürliche Vorgänge zu sprechen. Die Argumentation konnte Granok nachvollziehen. Doch obwohl er in Sachen rief, offensichtlich über weit größere Erfahrung verfügte als sie, war dies kein Thema, über das er sich mit einer so schönen jungen Frau unterhalten wollte, jedenfalls nicht beim allerersten Treffen. Er wollte gerade etwas sagen, als sich ein anderer Elf zu ihm und Alana gesellte. Seinem Äußeren nach war er in Alanas Alter. Seine Gestalt war hager, langes blondes Haar wallte offen über seine Schultern. Bekleidet war auch er mit einer weißen Tunika und einem ebenso weißen Umhang. Aber anders als Alana blickte er streng, geradezu grimmig drein. Er sagte etwas auf Elfisch, worauf sich ein kurzer Wortwechsel zwischen ihm und Alana entspann, bis sie entschieden den Kopf schüttelte. Nein, sagte sie schließlich in der Sprache der Menschen. Er hat mich nicht belästigt, Aldur. Außerdem ist es unhöflich, vor ihm in einer Sprache zu sprechen, derer er nicht mächtig ist. Er spricht also kein Elfisch? fragte der Elf und bedachte Granok mit einem vernichtenden Blick. Warum wundert mich das nicht? Schumai, sagte dieser und lächelte unbeholfen. Zu mir reicht es leider noch nicht. Und dennoch haben sie dich genommen, murrte Aldur, der mit dieser Entscheidung des Hohen Rates offenbar ganz und gar nicht einverstanden war. Tja, Granok zuckte mit den Schultern. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht wieso. Muss wohl an meinen verborgenen Fähigkeiten liegen. Fähigkeiten? Was weißt du schon von Fähigkeiten, fuhr der Elfin an? Meine Familie hat seit vielen Generationen mächtige Zauberer hervorgebracht. Und wer bist du? Verächtlich zog er die Mundwinkel nach unten und fügte noch hinzu. Oder sollte die Frage besser lauten, was bist du? Lass ihn in Frieden, ergriff Alanna für Granok Partei, ehe dieser etwas entgegnen konnte. Du stellst dich auf die Seite des Menschen? fragte Aldo in einer Mischung aus Verwunderung und Verärgerung. Ich stelle mich auf niemands Seite, berichtigte sie ihn. Aber der Hohe Rat hat seine Aufnahme in den Orden beschlossen und es steht weder mir noch dir noch sonst jemandem zu, diese Entscheidung in Frage zu stellen. Hör zu, meinte Granok, ich will keinen Ärger, verstehst du? Als Farawin mich fragte, Meister Farawin, verbesserte Aldo. Na schön, als Meister Farawin mich fragte, ob ich nach Scharkara mitkommen will, da hatte ich nicht groß die Wahl, denn andernfalls hätte mich die Stadtwache von Andaril geschnappt und in den Kerker geworfen. In den Kerker? Was hast du verbrochen? Nichts weiter, versicherte Granok, nur hin und wieder was, ähm, geburgt. Gestohlen, drückte Aldo es ein wenig klarer aus. Du bist ein elender Dieb. Von irgendwas musste ich erleben, verteidigte sich Granok. Außerdem glaube ich nicht, dass ich einer von euch vorstellen kann, wie es in so einer Menschenstadt ist. Alana hob die Augenbrauen. Wie meinst du das? Naja, ihr mit euren strahlenden Palästen, euren gepflegten Gärten und dem ganzen Schnickschnack, ihr habt doch gar keine Ahnung, was draußen in der Welt vor sich geht. Während ihr im Überfluss schwelgt und euch den Kopf zerbrecht über Fragen der Philosophie, über den Sinn des Lebens und das Wesen des Kosmos kämpfen die Menschen tagtäglich ums Überleben. Was du nicht sagst, entgegnete Aldur und musterte ihn geringschätzig. Dass du mit Philosophie nicht viel zu schaffen hast, sieht man dir an. Granok merkte, wie die Wut in ihm hochschäumte. Dieser Aldur bestätigte all die Vorurteile, die er von jeher gegen Elfen gehabt hatte. Er war hochmütig und arrogant und von einer geradezu kaltherzigen Gleichgültigkeit hinsichtlich der wirklichen Welt. Granok war überzeugt, dass ein guter Teil des Elends, das in den Ostlanden herrschte, letztendlich dieser Gesinnung der Elfen zu verdanken war, die nichts gegen die Willkür der Fürsten und Clanchefs unternahmen. Schlimmer noch, wenn es ihnen zum Vorteil gereichte, hetzten sie die Menschenherrscher sogar noch gegeneinander auf und es kümmerte sie nicht, wenn hunderte von Menschen in den Kriegen starben, die sie damit heraufbeschworen. Dass Granok diesen eitlen Gockel Aldor nicht gehörig zurecht stutzte oder ihm zumindest sagte, für was für einen aufgeblasenen, eingebildeten Zeitgenossen er ihn hielt, hatte zwei Gründe. Zum einen war er Granok, der einzige Mensch in der Ordensburg und ihm war klar, dass er irgendwie mit den Elfen auskommen musste. Der andere Grund war Alana. Granok war fasziniert von ihr und er wollte sie nicht in eine unangenehme Lage bringen. Auch wenn es ihm widerstrebte, es war besser, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sich zu fügen. Lass gut sein, sagte er deshalb beschwichtigend zu Aldor. Ich will sollten einfach noch mal von vorn anfangen. Was hältst du davon? Augenblicke starrte Aldor auf die ausgestreckte Hand. Dann sah er Granok direkt in die Augen. Du bittest um einen Neuanfang? Nachdem du mich beleidigt hast? Hab ich das? Fragte Granok und grinste schief. Dann sind wir erquitt. Aldor jedoch senkte den Blick und starrte erneut auf Granoks ausgestreckte Hand, so lange bis dieser sie seufzend zurückzog. Daneben nicht, meinte Granok. Irgendwie schade. Ich will dir etwas zeigen, Mensch, sagte Aldor und rief die anderen Novizen herbei, die ein Stück abseits standen und sich unterhielten. Er benutzte dafür die Elfensprache. Während sie sich näherten, Granok zählte vier männliche Elfen und drei weibliche, allesamt in Tuniken und mit Umhängen bekleidet, tuschelten sie miteinander. Den Blicken nach zu urteilen, die Granok erntete, war Aldor nicht der Einzige, der wenig begeistert war davon, dass ein Mensch in Shakara aufgenommen worden war. Darf ich vorstellen? fragte Aldor großspurig. Dies, meine Freunde, ist Gwailok. Er kommt aus einer Menschenstadt und will die Geheimnisse der Magie ergründen. Granok verbesserte der Mensch und sah in die Runde. Der Rest stimmt. Mit welchem Recht begehrst du Gwailok Aufnahme in diese erlauchte Gemeinschaft? fragte Aldor. Was haben du oder deine Familie dafür getan? Welche Ahnen kannst du benennen, die schon vor dir in Shakara gewesen sind und die Wege der Magie beschritten haben? Granok brauchte nicht lange zu überlegen. Keine, antwortete er rund raus. Ich bin der erste Mensch hier, wie ihr wisst. Also kann auch kein Vorfahr von mir hier gewesen sein. Ist doch einleuchtend, oder? Wir Menschen nennen so etwas Logik. Alana kicherte und auch zwei der anderen Schüler grinsten, was Aldor ungemein ärgerte. Dann lass es mich anders ausdrücken, sagte er. Jeder hier wurde mit dem gesegnet, was wir Rehkhas nennen. Eine besondere Gabe, die uns vom Schicksal verliehen wurde. Ogan hier zum Beispiel, er deutete auf eine Novizen, der im Vergleich zu den anderen etwas kleiner und auch untersetzter war und dem es peinlich zu sein schien, beim Namen genannt zu werden, kann es durch pure Willenskraft regnen lassen. Trea ist in der Lage, durch feste Materie hindurch zu sehen. Zehner an wiederum kann seine Körperkräfte der Gestalt auf einen Punkt konzentrieren, zertrümmern kann. Wie praktisch entgegnete Granok offenbar völlig unbeeindruckt. Und nun frage ich dich, Gweilog von den Menschen, bist du in der Lage, auch nur etwas annähernd Großartiges zu vollbringen? Ich komme zurecht, antwortete Granok ausweichend. Dass der Elf fortwährend seinen Namen verhunzte, überhörte er geflissentlich. Natürlich, spottete Aldo und wandte sich den anderen zu. Habt ihr das gehört, Schwestern und Brüder? Er behauptet von sich, er käme zurecht, rief er, ein nichtswürdiger Mensch wird niemals in der Lage sein, dies hier zu tun. Damit wirbelte er wieder nach Granok herum und auf seiner ausgestreckten Rechten, deren Handfläche er nach oben gedreht hatte, flackerte loderndes Feuer. Kein kaltes Elfenlicht und keine Illusion, sondern echtes, verzehrendes und sie auf unheimliche Weise verzerrte. Siehst du das, rief er triumphierend und starrte Granok aus funkelnden Augen an. Das ist wahre Macht, Mensch, den Elementen zu gebieten und beliebig über sie zu verfügen, dazu werden Menschen niemals in der Lage sein. Wie also kannst du auch nur annehmen, dass an diesem Ort Platz für eine Kreatur wie dich sein könnte? Granoks Antwort fiel anders aus, als Aldur erwartet hatte. Kurzerhand trat der junge Mensch einen Schritt zurück, richtete die Hände auf die Flamme und schloss die Augen, um sich zu konzentrieren. Und im nächsten Moment geschah etwas, womit keiner der Elfen, am wenigsten Aldur gerechnet hatte. Die Flamme in seiner Hand, die eben noch fauchend gelodert hatte, stand plötzlich still. Weder verlor sie an Leuchtkraft noch an Hitze noch verlosch sie. Aber sie bewegte sich nicht mehr, war vor den Augen der verblüfften Novizen auf einmal so starr wie ein Bildnis aus Stein. Ich denke, sagte Alana, die als erste die Fassung zurückgewann, das ist Antwort genug. Da'il Udan Die Woche war vorüber. Das Ultimatum, das Fürst Erwein König Elidor gestellt hatte, verstrichen. Erwein wartete nicht erst ab, bis der Kastellan ihn und seine Leute beim König angekündigt hatte. Sobald sich die Pforten des Thronsaals öffneten, schritt er voran, gefolgt von zehn seiner besten Kämpfer, die mit Kettenhemd und Lederzeug gerüstet waren und Schwerter an den Seiten trugen. Nur ihre Helme hatten sie abgenommen und trugen sie unter dem Arm. Eine letzte Geste des Respekts gegenüber ihrem Lehnsherrn. Seid mir gegrüßt, Fürst Erwein, sagte Elidor, auf dessen Haupt die Elfenkrone blitzte. Über seine Schultern erhob sich die mit rotem Samt gepolsterte und mit reichlich Schnitzereien verzierte Rückenlehne des Elfenthrons. Über ihm wölbte sich die weite Kuppel des Thronsaals. Es hatte Zeiten gegeben, da war Erwein von derlei Blendwerk beeindruckt gewesen. Das war vorbei. Anstatt den Gruß zu erwidern, nickte er nur knapp, was einen empörten Ausdruck in den Gesichtern der königlichen Berater zur Folge hatte. Der Fürst von Andaril registrierte es mit Genugtuung. Nun, Hoheit, fragte er, wie steht es? Die Woche Bedenkzeit, die ich euch zugestanden habe, ist um. Dessen bin ich mir bewusst, versicherte der König, der auf Erweins offene Provokation mit demonstrativer Gelassenheit reagierte. Und? Wie habt ihr euch entschieden? Werdet ihr mir die Mörderin ausliefern? Oder gewährt ihr in euren Mauern einer überführten Verbrecherin Zuflucht? Man konnte sehen, wie Artgal, der oberste Berater am königlichen Hof zusammenzuckte. Er schien etwas erwidern zu wollen, Elidor jedoch hielt ihn mit einer beiläufigen Bewegung seiner Hand zurück. Davon soll keine Rede sein, erwiderte der König ruhig. Jedoch kann ich eurer Bitte dennoch nicht entsprechen. Nein, hörte sich Erwein selbst keuchen, atemlos vor Erstaunen, denn er hatte fest mit einer anderen Antwort gerechnet. Erwein